Liebe, Träume, Liebe, Träume, Mitgefühl. Mit welcher historischen Figur würdest du gerne mal ein Selfie aufnehmen? Shakespeare. Wie lautet dein Lieblingsschimpfwort? Scheiße, ist das ein Schimpfwort? Scheiße? Oh ja. Scheiße, shit, ja, das ist mein Lieblingswort. Stell dir vor, du surfst aus Versehen auf einer verwunschenen Internetseite, kommst da zufällig drauf während dem Surfen und ab da kannst du nur noch einen Kommentar unter Videos schreiben, dein Leben lang. Wie würde der lauten? Erster. Wie lautet dein erstes Pseudonym im Netz? Oh, ich weiß es nicht mehr, ich habe so viele Namen schon gehabt. Ähm, ähm, was, was habe ich? Kabechnik, äh, keine Ahnung, Kabe, Kabe, irgendwas mit Kabe-Sascha, was weiß ich. Oh, das sind so viele Namen. Was ist dein Lieblings-Meme? Ähm, Forever Alone. Welcher Kommentar unter deinem Video würde dich sofort zur Weißglut bringen? Ähm, Weiß ich nicht, also, gibt's keine. Ähm, ähm. Jetzt musst du dir nochmal, ähm, was vorstellen, und zwar stell dir vor, du bist tot, stehst vor dem jüngsten Gericht und es werden alle deine Videos vor dem hohen Gericht, äh, beurteilt. Wie lautet der Richterspruch? Entschuldigung, bis zu aller Ewigkeit. Aber dann bin ich nicht der Einzige, der da drüben ist. Würdest du noch ein paar mitnehmen? Ich nehme alle mit. Alle YouTuber kommen mit mir. Und jetzt zu guter Letzt dein Gesichtsausdruck, wenn du den Deutschen Webvideopreis gewinnen würdest. Alles klar, perfekt Sascha, das war's schon. Dankeschön. Vielen Dank.